Hi. Hi. Als Hannah reinkam mit dem ganzen Tablett, habe ich versucht, irgendwie zu zählen. Ich habe es einfach nicht erkannt und dachte mir so, okay, wir werden sehen. Ich habe heute mit euch eine wunderschöne Zeit erlebt und ich habe das total genossen. Ich hatte unglaublich viel Spaß und ich glaube ihr auch. Und deswegen möchte ich heute niemanden die Kette abnehmen. Ich muss ehrlich sagen, als ich sie mit dem Tablett gesehen habe, habe ich es mir schon gedacht. Und wir werden heute einen Shot trinken. Ich habe mir leider nicht gerechnet. Ich hätte schon damit gerechnet, dass eine gehen muss. Aber es ist natürlich umso schöner, dass wir alle jetzt noch hier sind. Auf unsere gemeinsame Zeit, auf ganz viel Spaß und dass wir das niemals vergessen. Auf uns! Auf uns! Auf uns! Auf uns! Auf uns! Eine gute Nacht! Ciao! 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 Ich habe die Kette noch! Und wenn ihr die ganze Staffel sehen wollt auf RTL Plus, findet ihr die hier. Ich habe die Kette noch nicht mehr auf dem Geld. Und wir wissen, wie în Auf uns! Ich habe die Kette noch nicht mehr. Und dann wieder auf uns! Auf uns! Auf uns! Auf uns! Also, auf uns!